Willkommen zurück zu einer weiteren rebellischen Folge Far Cry 6 auf der Playstation 5. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Gewinnspiel läuft, ihr könnt dieses Spiel hier gewinnen für die Playstation, für die Xbox oder für den PC. Video bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Discord findet ihr, by the way, in der Videobeschreibung. Gewinnspiel geht heute noch bis 0 Uhr und morgen gibt es dann schon das nächste Gewinnspiel. Und ich würde sagen, wir verpieseln uns von hier. Das ist nicht mein Kampf. Das ist nicht mein Krieg, Süße. Deswegen bin ich raus. Ich bin sowas von raus. Alter, ich bring mich doch nicht um. Ah, wir sind hier auf einer kleinen Startinsel. Hier passiert noch gar nichts. Aber ich weiß genau, wenn wir erstmal auf die große Insel kommen. Hauptstadt, Armee, Spezialanheiten, wilde Tiere, Panzer, Hubschrauber, Flugzeuge und... Es wird eskalieren, Leute. Es wird eskalieren. Ich sag euch, wie es ist. Und deswegen gehen wir direkt. Das ist nicht unser Krieg. Wir wollten nach Miami. Das ist nicht mein Kampf. Nicht mein Kampf, Süße. Trotz der Tragödie verspricht das Unternehmen, dass der bisher geheim gehaltene neue Park bald eröffnet werden soll. Weitere Meldungen. Der Krieg in Yara ist vorüber. Präsident Anton Castillo verkündete, dass Libertad-Anführerin Clara Garcia von Spezialkräften getötet wurde. Während die Pandemie die Welt weiter in dem Griff hat, überlegt die Regierung, einen weiteren landesweiten Lockdown zu erlassen. Aber spielen wir doch erst einmal etwas Heiteres. So, und hier muss ich leider abstellen, weil Copyright Music, aber es kommt nichts. Es kommt jetzt nur noch ein bisschen Musik. Das ist es. Das Ende von Far Cry 6. Großes Dankeschön, dass du da draußen mit dabei warst. Das war wirklich ein Wahnsinnsspiel. Hat echt Spaß gemacht. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Projekt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Was? Moment. Die Binge. Das Scheißboot säuft vermutlich auf halbem Weg nach Miami ab. Okay, Moment, Moment. Ich bin nur eingenickt, hab geträumt und bin wieder hier. Das ist nicht das Ende von Far Cry 6. Ah, verflucht. Gut, dann wohl doch in die große Stadt mit Panzer, Explosionen, Superwaffen, wilden Tieren. Und abgedrehten Gegnern. Ihr habt das so unbedingt haben wollen. Verdammt noch eins, ihr bekommt es. Das ist mein Büro. Ja, am Strand chillen mit schönen Frauen war anscheinend nicht mein Ding. Willst du, dass ich dir die besten Supremos und Impro-Waffen mache? Dann brauchst du abgereichertes Uran. Zu deinem Glück lagert Castillo seine Vorräte bei den größten Kanonen auf der Insel. Bei seinen Flugabwehranlagen. Wenn du etwas von diesem süßen Uran gefunden hast, kannst du es in mein Büro oder zu einem meiner Mitarbeiter bringen. Wenn du eine FND-Basis einnimmst, wird dein Mitglied vom Team Juan einziehen und ihr Zugang zu meinem Inventar geben. Denk dran, gewisse Vorzüge sind an einen Rang geknüpft. Wenn Clara so freundlich ist, dich zu befördern, können wir dir bessere Ausrüstung geben. Halte einfach deine Pesos bereit. Auch in der Revolution gibt es nichts umsonst. Und ganz unter uns hier noch ein Gerier-Geheimtipp. Hab ein bisschen Spaß, verdammt nochmal. Stirb mit einem lächelnden Gesicht. Gut, klingt nach Spaß und Action. Wie kann ich die verdammte Mission jetzt annehmen? Ich kann nur zurück. Du kommst wieder. Sie kommen immer wieder. What? Okay, ich muss hier hin. Kann ich jetzt einen neuen wählen? Improwaffen. El Muro. Oh, ganz schön teuer, die Dinger. Fantasma. Volta. Oh, Volta klingt irgendwie geil, ne? IMP. Giftanschlag. Ich gönne mir so ein Ding. Und El Muro. El Muro grande. Sisi. Gut. Kann ich ihn ausrüsten? Also. El Muro. Wo finde ich dich denn? Der müsste ja bei einzigartigen Waffen sein. Wahrscheinlich, wahrscheinlich hier. Ja. Nehme ich mal mit. Und hier nehmen wir mal Phantasma mit. Und haben wir hier irgendwie vielleicht neuen Skin. Wo waren die Skins? Weiß ich gar nicht mehr. Ach, in der Werkbank. Stimmt. Kann ich mal noch irgendwie rumsprayen. Okay. Ich hab einen neuen Supremo. Ich hab eine neue abgedrehte Waffe. Ich hab Schrott in der Hose. Ich bin bereit. Was ist das denn hier? Eine Hundemarke. Ein nettes kleines Büro. Kumpel. Moment. Hier drüben liegt auch noch irgendwas spannendes. Metall. All right. Was machst du denn hier? Ach, das ist ein normaler Rucksack. Was ist denn das für ein abgedrehtes Ding? Ein ganz normaler Rucksack. Okay. Never mind. Also war das gerade irgendwie gar keine Mission, wo man irgendwas annehmen musste, sondern einfach nur zurück. Sobald du wieder ins Antuario bist, suchst du überall nach Waffen, Munition und Noten. Ich hab einen neuen Anhängern. Castillo ist überrascht. Das sollte so bleiben. Willkommen bei Libertad, Dani. Ich könnte jederzeit wieder gehen, aber ich bleib erstmal. Inspirierend. Befreien wir Yara. Castillo kontrolliert ganz Yara mit Soldat, Sklaven und Blut. Die Hauptstadt ist eine Hochburg. Nehmen wir Esperanza ein, ist Yara frei. Am leichtesten können wir Castillo schwächen, indem wir viele FND-Stützpunkte und Kontrollpunkte angreifen. Aber das Wichtigste ist, Esperanza zu umstellen und Castillo in seinem Käfig festzusetzen. Das heißt gezielte Operationen, die die Revolution für Ein- und Libertad stärker machen. Dafür musst du es schaffen, dass sich drei Gruppen bei Libertad anschließen. Jede dieser Gruppen führt Krieg gegen einen anderen Teil von Castillos Imperium, welches von seinem inneren Kreis kontrolliert wird. In El Este beuten Eindringlinge wie McKay Global unsere Ressourcen aus und Admiral Benitez verteidigt Castillos Giftproduktion. Aber die Legenden von 67 können uns helfen, das Blatt zu wenden. Sie verstecken sich im Dschungel rund um die höchsten Berge Yaras. Ihr bester Guerriero, El Tigre, wartet nur darauf, dass du sie überzeugst, sich uns anzuschließen. Dann wäre da noch Valle de Oro. Es ist nicht nur das Zugpferd von Castillos Vivirro Operation, sondern auch von seiner Propagandamaschinerie. Geführt von seiner Kulturministerin Maria Marquesa. Aber ich habe ein paar alte Freunde, die unsere Gegenpropaganda organisieren können. Maximas Matanzas. Sie waren die Stimme des Protests und können Yaras Dissidenten motivieren, für Libertad zu kämpfen. Sie sind abgetaucht und wurden zuletzt in einem Fohlen Balaceras gesehen. Wir müssen sie vor Castillos Truppen finden. In Madrugada hat Castillos Nefe José das Sagen. Ein Sklaventreiber, der Parias zwingt diesen vergifteten Vivirro-Tabak anzubauen. Aber die Montero-Familie führt Krieg gegen José. Sie hassen Besucher, aber ich habe von einem gewissen Mechaniker gehört, der eine Werkstatt in Costa del Mar hat. Er heißt Filibas Saga und ist sozusagen ihr Türsteher. Wenn ich du wäre, würde ich in Madrugada anfangen. Wir holen uns mit Hilfe der Monteros den Tabak zurück und drehen Castillos Vivirro den Hahn ab. Du musst nur diesen Mechaniker Fili finden. Währenddessen bleibe ich hier und führe gezielte Schläge gegen Castillo in ganz Yara aus. Und ich soll all diese Fraktion dazu bringen, sich Libertad anzuschließen. Wie? Ganz einfach. Hilf ihnen. So gut du kannst. Schicke ich den ganzen Trupp, ist es eine Invasion. Schicke ich einen Speer, meine ich nicht ernst. Mit dir? Kriegen sie meinen besten Guerriere ohne Politik und so. Hilf uns. Libertad nimmt die Hauptstadt. Wir schlitzen Antons Kehl auf, trinken sein Blut und so weiter. Dani muss an die Luft. Viva Libertad, Helfer. Ja, ja. Ich bin nicht Klaras beste Guerriero. Das bist du. Du hörst nicht zu. Dann übersetzt es mir, Juan. Der Akzent. Klara versucht es zu verbergen, aber sie stammt aus einer reichen Familie Vara Yarana. Sie kann schießen, bluten und trinken mit uns, wie sie will. Aber den Gestank der Oberschicht wird man nicht los. Was hat das mit mir zu tun? Du bist eine weise, Dani. Arm. Aus der Gosse. Wenn sie dich sehen, sehen sie keine Politik. Sie sehen, dass sie keine Ausrede haben. Sie benutzt mich. Sie. Und umgekehrt benutzt du sie auch. Willst du Anton töten? Ja. Willst du Yara befreien? Klar willst du. Aber das hier kann Klara nicht sagen. Doch wir beide wissen es. Du willst das. Du bist Guerriero. Für uns bedeutet der Stift in der Hose bei einem Hinterhalt. Und der beißende Gestank von Schwefel in der Nase. Das ist... Spaß. Keine Sorge. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Jetzt habe ich irgendwie hart Bock, auch ein Rebell zu werden. Hm. Was könnte man denn angreifen? Oh, wow. Telefon. Ach, hier kann ich Wasserfahrzeuge holen. Lässig. Gut. Das sieht nach verdammt viel Arbeit aus. Hey. Poncho. Wo will er hin? Du glaubst mir jetzt aber nicht mein scheiß Boot, oder? Okay. Ich bin... Ich bin hier. Ich bin hier. Gibt es hier eigentlich irgendwas zu holen? Oder ist das wirklich die komplett freundliche Insel? Kann ich eigentlich hier eine Schnellreise hinmachen? Würde gehen. Weil hier waren ja auch noch so ein paar Sachen. Immer so als... Idee. Falls ich irgendwann sage, ey. Ich brauche unbedingt diese Kiste. Weil ich wette, dieses Depot... Äh... Extra Hinterhalt verfügbar. Jetzt. Wow. Das wird ein langer Weg. It's a long way to the top. Denn wenn ich irgendwann halt sage, ja, ich will das Depot da drüben unbedingt haben. Oh, die ganzen Herausforderungen gehen jetzt. Was denn ein Amigo K-9000? Ist das ein flüssiger Hund aus Terminator? Cyber-Auge? What? 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 Alter, leck mich am Arsch. Dein metallischer Freund trägt weniger Schaden durch Schüsse davon und wird immun gegen Gift und Feuer. What? Okay, die kann man wirklich verbessern. Alter, ich habe einen Micha-Hund. Er kam aus der Zu... Ey, Cyberjacke. Okay, spaßig. Miami. Ich will das Auge. Blood Dragon-Style hier. Far Cry Blood Dragon. Cyberstiefel. Wo ist meine Cyber-Hose? Hier drüben. Mehr Scharfschützen-Munition. Ich würde ja sau gerne Sniper spielen. Und natürlich die legendäre Hand. Die Waffenbewegung wird stark verringert. Lässig. Ja, ich hätte gern ein richtig geiles Sniper. Aber ihr wisst ja, mein Sniper ist totaler Müll. Wenn du Soldaten tötest, wird Castillo seine Spezialeinheiten auf dich loslassen. Weißt du, was diese Typen auszeichnet? Ihre Spezialausbildung und ihre schwere Bewaffnung. Klugscheiße. Aber ja, du wurdest gewarnt. Junge. Sexy Shit haben wir am Start. Alright, auf Wiedersehen, Insel. Hello, große Insel. Ich bin schon richtig, oder? Äh. Ich glaube, ich muss so ein bisschen außen rum. Denn ich weiß nicht, ob ich da irgendwie durch die Gabelung durchkomme. Ach nein, wird's jetzt dunkel? Nehmt Kontakt zur Philly auf. Ich meine, in anderen Far Cry-Spielen war es ja so, dass man die Sachen angehen kann, wie man will. Man hätte erst den töten können, erst das befreien können und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie es hier ist. Clara, nach wem soll ich in Madrugada noch mal Ausschau halten? Nach Carlos Montero, dem Anführer einer Gruppe von Bauern, die ihr Land von der Armee zurückholen wollen. Aber er wird sich nie mit ihr treffen. Warum nicht? Er ist eher, was du Oldschool nennen würdest. Er mag keine Fremden und vertraut nur seiner Familie. Na toll. Keine Sorge, Philly kann dir helfen. Er ist eine Eintrittskarte. Er ist in seinem Laden in der Nähe von... Es wird einem noch nichts geschenkt. Nichts, wofür er sich zu kämpfen lohnt. Sweater. Sweater. Puh, da wären wir. Mann. Bomben, Minen. Ich will dir ganze Dreck geben. Und? Gib mir mal hier die neue Superwaffe. Ja, so will ich das. So will ich das. Alter, lässig. Okay, wie übel ist diese Basis, Rang 3? Ich will eigentlich ein bisschen Terror stiften, weil... Mein Hund. Oh, hier die Krabbenwanderung. Okay, Clara. Hast du eine Ahnung, wieso das Militär eine Wetterstation besetzt? Du bist im Westen, oder? Darüber habe ich mich auch schon gewundert. Du brauchst einen Computer. Wir werden schon rausfinden, was die da machen. Okay, ich sehe mich mal. Na los, schnapp sie dir. Let's go, Hund, let's go. Have a nice day. Er ist im Gegend Gift. Also kann ich ja eigentlich auch Gift und sowas alles drauf. Wursten. Uff, das Ding ist geil. Alarm. Ich will Action. Gib mir Action. Nice, Alter. Das Schild auch noch. Kannst du voll draufkloppen. Alarm. Alarm. Alter, der Hund metzelt alles weg. Wie geil ist denn bitteschön mein Hund? So, der Chef ist tot. Der schießt sie auf mich, ja? Alter, der Hund ist ein unbezwingbar grob. Okay, jetzt kommt Alarm. Ich würde mal ganz vorsichtig vermuten. Alter, Hund. Ruhig, Hund. Ganz ruhig. Geh schon mal in Deckung. Feindliche Verstärkung rückt an. Ja, ich will die feindliche Verstärkung. Ich will meinen Supremo einsetzen. Uff, ich liebe diese Knarre. Die macht richtig Bock. Ich suche mir Deckung. Achtung. Ui, ui. Na toll. Okay, der andere ist deutlich geiler, glaube ich. Achtung, Skregados rücken auf der Straße in deine Riechen. Holy shit, warum eskaliert das jetzt so hardcore? Erstmal ein Rauchen. Andere. Andere. Wo ist sie dir? Komm, Hund. Was ist das hier? Irgendein Poster. Überlei Revolution. Medizin. Heli ist ja auch noch unterwegs. Boah, lässig. Na, 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 Mr. Heli. Oh, das haut ja wirklich ab. Was mit dem? Der steht hier einfach rum. Das ist wie gelähmt. Irgendwann, mein Hund zieht aber auch gerade nix hin. Äh, nein. Und hängt fest. Ach, Hund. Wie soll ich denn den da oben jetzt bekommen? Wir leben die sich gerade alle wieder. Hier ist so ein Hazmat Suit. Was? Töte keine Zivilisten? Das ist, äh... Das ist aber schon ein Gegner. Das ist euch schon bewusst. Klar, es ist ein verwundeter Gegner, aber seit wann haben wir Mitleid. Au. Ich bin rumgedreht. So, Geschütz. Nein, ich will nicht... Ich will nicht reparieren. Ich will es verwenden. Ich will auch keine Kamera heilen. So, jetzt sind wir das Geschütz hier an. Dann hole ich den Heli runter. Nicht... So, kann ich jetzt das Geschütz bitte verwenden? Jetzt. Moin. Überhitzt, überhitzt, überhitzt. Wow, der Heli gibt mir richtig auf die Fresse, ne? Der geht mir richtig auf die Fresse, du. Das Ding brennt wie Sau. Macht aber eiskalt weiter. Was schießt der denn? Komm schon. Nehmen wir noch Hot. Na also, geht doch. Wow. Mann, die wollten es wissen. Aber die Basis gehört endlich uns. Nur schade, dass sich niemand gesammelt hat. Ich hätte gerne mal hier meinen neuen Supremo gesehen. Aber irgendwie, ich glaube, der andere ist geiler. So, die Wetterstation gehört ja Freiheit. Supremo bereits war noch irgendwo ein Depot. Das nehmen wir natürlich mit. Wenn ich rankomme. Oh, jede Menge Materialien. Eine Schrotflinte, eine M. Eins, drei, drei. Oh, nice. Ich habe sogar ein Heli. Verdammt lässig. Ich habe die Flugabwehranlage auf deiner Karte markiert. Die Bauern in der Gegend wären dir sehr dankbar, wenn du sie zerstörst. Gracias. Und bei ihr kann ich shoppen. Wie, wo? Den Hund? Nun. Der ist einzigartig. Gell? Arnie. Ja. Der kleine Arnie. So, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bussi an Arnie. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und... Tschüss. Ja, du bist ein Feiner.